Moin Neul, und es kommt wieder zurück zu Capture the Flag mit dem lieben Gero und Team Eisen, genau ist voll ich zock mir ein bisschen gegen dich, das ist Och geil Oh ne, wie gestern in der ersten Runde für die erste Runde war Map Wild West, das war im Westen, jetzt ist es Norden, da wo es kalt ist mit Aufwälle auf Map Castle Naja, nicht immer Geh zum Norden, hast du glaub ich die Pinguine oder die Eisbären, also wo sind die Eisbären? Boah, ich will wild für den Pinguinen Ich meine, wenn du in den Norden läufst, dann Ich wohne im Norden Ja, in Deutschland Ja, ich wohne im Westen in Deutschland Das ist besser, das wärmer Da ist dein, da ist so ein, da ist so ein, da ist so nicht so windig Da ist nicht so viel Äh, Kram Matsch Ja, aber auch nur wegen, äh, wegen der, ähm, Nordsee Watt 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 Watt, wie Schiss Naja, hättest nix gegen Leute, die hier auf der Nordsee wohnen, aber generell ich mag's nicht Ich war auch nicht Ich war letztens auf der Klassenfahrt und, boah, wir mussten so komisches Watt gehen Und Watt, wann nun? Jaaa das ist vollkommen ekelhaft, oh, kommX Ich roche hier durch Ich roche durch Ich roche durch Ich roche durch Watt, ist der Watt get� внутри die Füße gelaufen? So, fange Jetzt schütz mich Sie schu-, jetzt schützt mich Zwischen oben Ich bin schon auf dem Weg zurück und habe vier Herahten Ich bin jetzt gerne Denn, welche Mein Kollege sucht dich Zwei dead Ich war tot Ich habe zweier Katzen Ich bin eignet oder bin ich da um ein D, ey, das wäre es so geil, wenn ich einfach wieder den Punkt machen würde ja vor dem Tag habe ich gesagt beschützt mich aber du bist ein gegnerisches Team wie soll das denn gehen wie kann ich mich beschützen aber dann bringe mich da eine Teamkamera um spielst du gerade gegen mich oh da hat er schon wieder die Flagge und er stirbt ja erst mal so er hat er eine Hexen und die Töne von der Staaten ich muss nicht aber wir haben schon wieder die Flagge oder sind durch eine kurze Runde ja der mit der Flagge ist tot ja und ich habe wieder die Flagge nein habe ich hier habe ich nicht ich habe mich aufgenommen ey ich bin gestorben ey vielleicht schaffst du der andere ich muss ganz schnell nach vorne ne nein doch 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 komm ich komm komm bist du ich will dich töten ach da hinten bist du ja komm hier mit der Flagge oh oh ich habe geschossen ja das war der Frise oder wie denn Fritze Fritze oh ja 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 ich töte dich gerade ich kämpfe hier gerade ich finde das ist in Ordnung für dir ja es ist das hier ist das juckt mich aber nicht ich gucke mich überhaupt nicht ja dankeschön ich wollte die Ehe war dankeschön bitte sehr weißt was ich bin voll dumm ja weil ich dich jetzt gleich töte deswegen ne ich hab vergessen was zu machen aber das ist das ist einfach nur dumm von mir ich hätte mir irgendwas mitnehmen müssen Gigi GGW genau ne hier soja erste Runde ist vorbei jetzt geht's mit der zweiten weiter bis gleich hey Leute herzlich willkommen zu der zweiten Runde für heute und das ist jetzt auch die letzte Runde T-Swagd bist du dran? ich hab zu spiel ausgewählt ich bin gold bist du schlecht ich kämpfe die ganze Zeit nur gegen dich weil du schlecht bist nein gestern hat Melone getroffen da haben wir zusammen gespielt ja und haben zehn Jahre gebraucht und 15 Minuten 15 Minuten für eine Runde oder das war mal ein bisschen ähm zufälligerweise was auch die Runde oder bei mir in meinem Team war's ne ja wenn man mal 15 das war noch länger das Video ging das war 17 Minuten oder so und äh doch 16 Minuten der hat Hext drin der Schiff siehst du das naja ich hab jetzt wird mit Gehörnungen die 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 ja komm hier stirbt dass sie keine Chance geben ich bin halt der Oberboss in diesem Spiel ja du sagst häcker ne aber ja aber kommt der hat der hat mich innerhalb von zu fünf Blöcken oder so einfach geschlagen ich werde nicht sagen aber ich hab mitgemacht mit dem Bogen ach so ja dann ist das anderes wirklich der hatte nix und hat mehr machen nicht so viel gezogen der hatte nicht mit dem Schwert oder irgend so was man hat ihn uh ich bin hier gerade auf dem falschen Punkt angelernt gut 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 so hat man ein Schwerdhaus nur nicht mein Bogen ich will wirft wirft ihr sein Schwert weg oh darum ist Paddy ja dann sterben Leute Juni da ja komm Juni doch Juni doch hier wie geht's euch allen schönen Tag gehabt und ich bin tot erinnerst und wie war es in der Schule ja Spawnkill ja ich weiß sorry also dafür 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 gehst du zu kommen und sag ihm das ich möchte so gestern ich bin ich trotzdem also jemand von uns hat die Flagge aufgenommen und du bist gleich tot ich habe mich mal gewinnt wo du bist ich laufe einfach unter nein 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 bitte 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 geh weg nein ach ich hab da anderthalbherzen nur gegrüßt oh Scheiß Alter meine Maus irgendwie die quietscht 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 ja ich hab mir ging als für die keine Gamer Maus gekauft ich hab noch meine alte benutzt ja ich auch ja du hast doch eine Gamer Maus gekauft na und noch äh ja du bist auf Natur aber keine Gamer Maus ok ein bisschen geass oh OneHit ach der tötet ja Spass sorry aber die Beleidigung muss nicht mehr sein wenn ich ausraste wenn ich raste das ich mag dich nicht ja toll würdest äh würdest du glauben dass du mich das jucken würdest oder ne aber ich mag es nämlich von Not anbeleidigt so zweite Runde Bostad ist gewonnen also wie viele wie viele einfach äh wüsst nicht mehr leben ich bin schon wieder unter der Gewinnerliste also läuft bei mir oder oder wollen wir noch eine ganz kurze Runde dazu machen was sagst du ja wie lange nimm ich mal auf oh weiß ich nicht oh äh sorry wir haben unseren Teil eingestellt ich hab keinen eingestellt ne ja ich auch nicht warte mal ich mach mal hier ganz kurzen Bildschirm Time Out und schau grad auf die Uhrzeit nach so da sind wir wieder ich musste ganz kurz gucken wo wie meine äh Minutenzahl ist ja dann weil sonst hätte die mein Aufnahmeprogramm gesehen das wäre komm noch weiter ja dann machen wir noch weiter auf der Map Skylands also die haben wir 25 Minuten oder so ein Scheiß geht hm wenn die Runde nicht wieder 25 Minuten geht ne die Map ist eigentlich ziemlich klein also da muss man nicht tausend über tausend Lava Quellen runter über springen das haben wir schon mal gespielt die Map ja aber denkt dran wenn ich mich schon mit dem Team bin ja toll wohnung du schade geht nicht du ne schau ne 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 ich brauche den aber eines nicht so lange ich spüren oder sonst was macht naja ich meine ich habe auch zu zweitens schreibt sich das hinten der will ist mit hinten schmaler als er vorne ist deswegen kann ich nicht weit aufstellen Diamant jemand Nr kommst ich rein mann du kommst nie rein Nr Nr eigentlich immer eigentlich immer das Recht eigentlich immer das Recht das kündigst du nur noch nicht überfangen es gibt mehr Prozent da muss ein anderes ziehen weil manche sind so stark begehrt wenn wir jetzt trotzdem weiter töten oder wir machen es einfach nur so dass wir die ganze Zeit nehmen die neben er die einander spielen komm hier geht es mal runter ihr habt die Flagge ja läuft bei uns so du bist dauernd ich brauche mich mal noch über die Team ist so sozial ja als wenn ich dich nicht sehen würde ich will nur dich töten das ist mein Ziel ja nicht ja ich hab dich runtergekickt yeah du bist nicht der einzige der da stand einzige es heißt einzige komm ich hasse dich sorry sorry wenn ich das mache aber das mache ich auch in der Schule und das muss einfach sein sonst äh strebe nö du kannst ja gar kein streber halt doch ich bin dreier ich bin dreier streber was mit der denn von der Mann dreier bist du behindert bist du krank nein ich bin eher so der der immer nur reinschreibt also befriedigend die Note heißt so die Note heißt so jetzt halt dein Maul du bist so scheiße so scheiße dafür wirst du jetzt sterben du wirst hier sterben du wirst hier sterben du wirst hier sterben Note 3 ja ja und dann noch dein Name befriedigend ja komm ja oh man was kann ich dagegen tun gar nichts machen und dich schämen sei ruhig schädlich schädlich ich schäme mich selber ich schäme mich dafür dass ich mit ihr aufnehmen muss was du wirst nicht schlagen du wirst nicht schlagen was nein du wirst nicht mitmachen von daher jetzt bist du gearscht hä wie echt ja wenn du mich nicht abkannst und ich bin mir aufnehmen wird wieso lädt du mich allein keine Ahnung ich könnte doch mit dem anderen machen ja könnte ich aber keine Lust immer mit denselben vor allem vor dieser einen Folge Bad Wars haben wir zusammen nie aufgenommen ach so ja 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 ne das ist das erste Video dann äh 2015 war das jo ich hab mein Satz tot ey es steht 2-0 wir sind kurz vor dem Sieg ich stehe davor den Tag 3-0 zu gewinnen und das wäre so obergeil ich würde einfach 3-0 ach so ne du warst ja ganz in dem Projekt stimmt dir ich war gar nicht in der FDB ne ja komm oh gott oh achst du das ja ich hab dich getötet was hast du das äh ich hab dich auch oh jetzt rastet ihr aus jetzt habt ihr die Items bekommen jetzt seid ihr auch equipped scheiße ne ich verpiss mich jetzt in deine Base und dann das weiß ich zu verändern kommst du die Note 3er oh die Mase mann da kann ich doch nix für ey du bist so krank guckst du aber einfach so gehirntot ja ich bin 3er schüler ja das heißt nicht dass ich ein 3er mache sondern dass ich äh nur 3 schreibe von den Noten und das befriedigend ist die na ist die Name es ist der Name der Note zum Beispiel die 4 ist ausreichend 5 ist mangelhaft die 4 ist äh ausreichend 5 ist mangelhaft jetzt ist gut komm jetzt halt die Klappe und hör auf darüber zu reden ich lach doch da drüber ja das ist ja das Problem es ist ja das große Problem du brauchst doch nicht sogar die Anfang hä wieso du hast doch angefangen äh mit 3er schüler hä hab ich gar nicht dass du so 3er schüler gelabert und dann hab ich gefragt ob du mit dem 3er warst ja weil du krank bist und du ne große fantasierst ja okay ich hab auch ne gute Phantasie aber niemals so groß wie deine was lernen du wie dein Leben läuft Mitte 3 alter das willst du anscheinend unbedingt als Titel nehmen ne ja machst du nicht dann bringe ich dich um und sorge dafür dass du nicht auf diesen 1.8 Server kommst was ist denn jetzt im 8 Server? ist mir doch egal ne ist nicht egal das ist mir doch egal das ist mir doch egal das ist euer Server ich hol das einmal drauf das ist mir doch egal ciao oh war doch wieder die Fettfressen mit dem 3 das ist halt die Fresse halt das kann ich nicht yo ich hab gewonnen und du redest von 3 an und ich hab hier 3-0 gewonnen gegen dich ja folge ist vorbei Leute die Idee und du Schwein ey du Schwein okay das muss ich bin grad höhe minus 700 also luckt mich nicht ich seh grad Wolken und bin schräg alter geil das muss ich jetzt Screenshot machen wie geil sieht das denn aus ja schlicht naja ich mein äh die Folge ist zu Ende und ich hab 3-0 gewonnen also 3 mal gegen sie 13 gewonnen also 3 mal im 3er ich seh damit heute nicht mehr auf tot du wirst tot sein naja das war's mit der Folge wenn's euch gefallen hat trotzdem 3er ähm lasst da eine kleine Bewertung da schaut mal vorbei frage ich was glaub ich denn da schreibt in die Kommentare was euch fehlt äh der Link von der Link von Glee ist in der Videobeschreibung sowie von ihrer äh bin ich da drin hoffe ich mal und das war's dann Leute ciao Pisser